Gerne zeige ich dir, wie du im Diagramm den Titel ändern kannst. Wenn ich da drüber fahre, sehe ich, das ist der Diagrammtitel Körpergrösse der Schweiz. Das stimmt natürlich nicht, sondern müsste Schüler stehen. Kann ich eben hinein klicken und ändern. Ich kann aber auch den ausblenden lassen, indem ich da auf das Plus klicke und dann da den Diagrammtitel ausblenden lasse. Macht aber oft keinen Sinn, darum lasse ich es da wieder erscheinen. Das stimmt natürlich nicht, aber das ist der Diagramm.